Hallo zusammen, hier ist wieder Hoechela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wo eine Kiste sich befindet. Und zwar geht es heute um die sandversunkene Kiste. Und dazu sind wir hier einmal auf Zandala bzw. in Voldum und zwar hier relativ weit oben auf den Koordinaten 26, 45. Und dort haben wir eine Kiste, die wir aber nicht sehen können, sondern wir müssen als allererstes hier drauf drücken. Und dann kriegen wir quasi erst die Kiste als sichtbares Objekt. Ich hatte jetzt auch ein bisschen gesucht, dachte mir ich mache euch ein kleines Video. Und ja, damit haben wir die Kiste eingeheimst und wieder eins mehr für unser Schätze Achievement hier abgehakt. Also nochmal hier oben auf dieser kleinen Insel, hier an dem Ding, wo ein paar Murlocs am rumlaufen sind. Das war es schon wieder mit einem kleinen Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.